Tom's Talk Time, Folge 814. Elf Jahre Tom's Talk Time, über ein Jahrzehnt voller Erfolg, Inspiration und wertvoller Gespräche. Bleib dran, denn heute teile ich mit dir die Geheimnisse hinter den Kulissen von unserem Podcast und der wilden Podcast-Reise des letzten Jahrzehnts. Tom's Talk Time.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute hier wieder aus dem sonnigen Las Vegas zu unserer Jubiläums-Episode. Elf Jahre Tom's Talk Time und dieser Applaus ist für dich. Seit dem 1. November 2012 sind wir online. Ich kann mich noch echt genau daran erinnern, die in der Nacht praktisch zum 1. November, wie wir gelauncht haben. Das war einfach so eine Nervosität, so eine Vorfreude. Was passiert? Wie kommt der Podcast an? Das war einfach nur krass. Ja, und jetzt seit mittlerweile elf Jahren begleite ich dich auf deiner Reise zum Erfolg. Über diese elf Jahre haben wir mehr als 800 Episoden produziert. Genauer gesagt 814, was ich ja gerade auch hier jetzt genannt habe. Wobei noch einige schon wieder vorproduziert wurden. Aber wie gesagt, 814 bis zum heutigen Tag. Alles zusammen mit einer durchschnittlichen Länge von circa 38 Minuten. Das ergibt fast 500 Stunden oder auch 20 volle Tage reine Hörzeit. Das ist wirklich, also auch für mich absolut unglaublich, wenn ich mir mal so diese Zahlen anschaue. Und ich muss sagen, es erfüllt mich mittlerweile echt richtig mit Stolz zu sagen, dass unser Podcast auch mittlerweile den Spitzname der Podcast der Promis erhalten hat, da wir so viele prominente Gäste mittlerweile schon bei uns hatten und es immer mehr werden. Also das finde ich auch krass. Wenn du da auch noch bestimmte Wünsche und Ideen hast, wo du sagst, Mensch Tom, der Promi und der Unternehmer, der wäre doch auch noch was für deine Show. Lad die doch mal ein oder du vielleicht sogar auch jemanden kennst von denen und dann noch einen Kontakt herstellen kannst. Dann schreib uns doch bitte gerne an an Redaktion at Tom's Talk Time und dann freuen wir uns natürlich auch dort über Empfehlungen, über Ideen, über Inspirationen von deiner Seite. Noch, lass uns mal kurz einen Blick auf die rasante Entwicklung des Podcastings werfen. Als ich 2012 mit dem Podcast begann, musste ich ohne Scheiß noch jedem erklären, was ist ein Podcast? Also das war wirklich so diese Standardfrage, wenn es hieß, und was machst du so? Ja, ich bin Podcaster. Hä? Du bist was? Also kann man sich heute vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber es war tatsächlich so. Zu der Zeit kannten wirklich nur sehr wenige Menschen dieses Format und egal, was du gemacht hast, ob das ein breites Thema, wie jetzt bei mir, oder ein super enges Thema war, alles war eigentlich eine Nische. Also das ist völlig egal, wie breit das war. Es war alles eine Nische. Und einige haben mich damals auch belächelt, dass ich das überhaupt gestartet habe und das auch als richtiges Business gestartet habe und angesehen habe und gesagt habe, hey, ich will mit Podcasts richtig Geld verdienen, weil ich weiß, da ist richtig viel Geld drin. Und die meisten Kommentare, wie gesagt, waren halt nur so ein Belächeln so, ja, 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 mach du mal hier mit deinem Möchtegern-Radio-Ding. Aber wie heißt es so schön, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Heutzutage hat sich mein persönliches Podcast-Universum zu einem Millionengeschäft entwickelt. Von meinem eigenen Podcast über von mir erstellte, sehr hochwertige Podcast-Kurse, wo ich andere in die Grundlagen des Podcastings und natürlich auch in meine persönlichen Podcast-Geheimnisse, wenn man das so sagen kann, einweihe, weiter über verschiedene Services, wo wir unseren Kunden die Technik abnehmen oder übernehmen für die Kunden, wo wir für die Interviewpartner suchen und diese vermitteln und noch vieles mehr. Es kommen auch schon einige Podcaster zu mir und lassen ihren Podcast von mir mit meiner speziell entwickelten 25-Punkte-Analyse gründlich analysieren, um zu schauen, was können die verbessern, um noch mehr Erfolg damit zu haben, um noch mehr Leute zu erreichen, noch mehr Geld damit zu verdienen oder einfach, was auch immer deren Ziele sind, damit zu erreichen. Weil es haben zwar viele einen Podcast, aber man muss ganz ehrlich sagen, die meisten sind mit der Performance nicht zufrieden. Und mit Performance meine ich jetzt nicht zwingend Reichweite oder Downloads oder Charts, also hier, wo man in den Charts ist von der Position. Darum geht es eigentlich gar nicht, denn ich kenne und ich meine, ich habe ja wirklich Hunderte von Podcasts mittlerweile begleitet von unseren Kunden und ich kenne einige Podcasts, die haben richtig viele Downloads und wirklich ein relativ großes Publikum, die verdienen verhältnismäßig relativ wenig Geld. Und ich kenne ein paar Podcasts, die sind wirklich in einer ganz, ganz engen Nische drin und die haben gerade mal ein paar hundert Downloads im Monat, also nicht pro Episode, sondern wirklich im Monat. Und die verdienen mit ihrem Podcast gut im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich. Also das, wie gesagt, kommt halt immer darauf an, wo man hin will, was man damit hat. Und ja, wie gesagt, bei mir ist es halt einfach oder an meinem Podcast kannst du sehen, wie aus einer kleinen Idee wirklich auch was Großes entstanden ist. Natürlich ging das nicht von heute auf morgen. Hey, Alter, elf fucking Jahre waren das jetzt. Also das ist schon eine verdammt lange Zeit, aber es ist halt geil. Das war wirklich ein wilder Ritt. Und natürlich habe ich bei mir im Podcast-Business extrem viel automatisiert. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich so ein richtiger Automatisierungs-Junkie bin. Also das, was man irgendwie automatisieren kann, wird automatisiert. Zum einen, um natürlich menschliche Fehlerquellen auszuschalten, weil, mein, hey, wir sind alles Menschen und wir machen alle mal irgendwo Fehler. Man ist mal unkonzentriert, setzt ein falsches Häkchen mal irgendwo oder vergisst irgendwas und zack, bam, schon läuft irgendwas gegen die Wand. Also das heißt, sehr viel ist automatisiert. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch ein paar Sachen händisch erledigt werden. Und hier würde ich natürlich lügen, wenn ich mich alleine mit allen Lorbeeren schmücken würde. Das möchte ich natürlich auf keinen Fall tun. Denn mittlerweile habe ich natürlich ein kleines Team, welches mir viele Arbeiten abnimmt, sodass mich einfach um andere Sachen kümmern kann. Aber zurück zum eigentlichen Podcasting nochmal und warum meiner Meinung nach wirklich jeder, der sich als Marke persönlich positionieren möchte, unbedingt einen Podcast braucht. Ich werbe dir mal ein paar Zahlen hier um die Ohren. Und zwar laut aktuellen Statistiken gibt es heute weltweit über zweieinhalb Millionen verschiedene Podcasts mit insgesamt über 48 Millionen Episoden. Das Wachstum, was das Podcasting oder der Podcastmarkt in den letzten allein drei Jahren, vier Jahren hingelegt hat, ist absolut beeindruckend. Und die Zahlen lügen nicht. Podcasts sind aus der Medienlandschaft heutzutage absolut nicht mehr wegzudenken. Aber warum ist Podcasting heute so wichtig? Nun, überleg mal. Über 80 Prozent der Podcast-Hörer hören mindestens sieben Episoden pro Woche und die durchschnittliche Hörzeit beträgt über sechs Stunden pro Woche. Die Menschen lieben es, Podcasts zu hören und sie sind eine großartige Möglichkeit, Inhalte zu konsumieren, für die man sich interessiert und das Ganze während man unterwegs ist. Also im Auto fährt oder Sport treibt, in der Bahn sitzt, im Flieger oder sonst wo. Aber was bedeutet das für dich als Unternehmer oder als Selbstständiger? Naja, das ist jetzt eigentlich der, sagen wir mal, spannende Teil für dich ganz persönlich. Denn Podcasts bieten dir eine hervorragende Gelegenheit, deine Expertenpositionierung zu stärken. Wenn du bereits deinen eigenen Podcast hast, dann hey, Chapeau, dann kriegst du diesen noch einmal von mir. Weil das Anfangen ist das Wichtigste und dann das Todwichtigste ist natürlich auch das Dranbleiben und das Durchhalten. Aber selbst wenn du keinen eigenen Podcast hast und das vielleicht auch gar nicht in Erwägung ziehst, weil du sagst, oh nee, das ist mir irgendwie zu viel Commitment, da muss ich hier und dies und jenes und ah nee, hab schon genügend Sachen am Kopf, dann ist völlig in Ordnung. Aber dann nutzt trotzdem das Medium Podcasting und zwar wenigstens als Interviewgast in anderen Podcasts aufzutreten. Warum solltest du das tun? Weil du damit deine Reichweite natürlich erheblich steigern kannst. Allein hier in den USA gibt es über 116 Millionen Podcast-Hörer und du kannst dort deine Botschaft, einem breiten Publikum vermitteln, das an deinem Fachwissen interessiert ist. Denn wenn du einen Podcast aussuchst, der dein Fachgebiet behandelt oder abhandelt, wo das Thema ist, dann ist das eine unschätzbare Gelegenheit, dich selber, deine Idee, dein Produkt oder deinen Service einem riesigen Publikum vorzustellen. Natürlich macht es keinen Sinn, wenn du, was weiß ich, der absolute Steakbrater vom Herrn bist und die besten Steak- und Grillrezepte hast und dann in einen Vegan-Podcast gehst. Also das, ja, du verstehst, was ich meine. Also es muss zielgerichtet sein. Das heißt, dein Thema muss natürlich zum Podcast passen. Ansonsten macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber wenn du das machst, kannst du deine Glaubwürdigkeit extrem steigern. Denn laut einer Umfrage von Podcast Insights vertrauen 80 Prozent der Podcast-Hörer den Empfehlungen und Ratschlägen, die sie in Podcasts hören, weil es halt eben eine persönliche Beziehung auch in den Podcasts gibt, die der Podcast-Host oder der Moderator mit seinen Hörern über die Jahre aufgebaut hat. Und die Hörer vertrauen auch drauf, wenn man vernünftige Interviewgäste reinholt, oder wenn man Interviewgäste reinholt, dass man sich schon auch vernünftige Interviewgäste holt, dass man die vorher auch selektiert, was du als Podcaster natürlich auch tun solltest. Also jetzt nicht irgendwelche Deppen dir reinholen, Hauptsache um das Format zu füllen. Das macht natürlich keinen Sinn. Damit vergraulst du einfach deine Hörer. Aber wenn du vernünftige Leute holst, ist das einfach geil. Das ist eine Win-Win-Win-Situation für alle drei Parteien, für den Interviewgast, für den Hörer und für dich als Podcast-Host natürlich auch. Wenn du also als Experte in einem Podcast sprichst, gewinnst du automatisch an Vertrauen und an Glaubwürdigkeit. Die Bedeutung des Mediums Podcasts in der heutigen Medienlandschaft ist mehr als klar und deutlich. Wenn du deine Marke stärken, deine Expertise zeigen und neue Türen öffnen möchtest, dann ist es an der Zeit, Podcasts in deine Strategie wirklich mit einzubeziehen. Und jetzt habe ich auch noch was für dich. Denn ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dir herzlich zu danken. Denn hey, ganz ehrlich, ohne dich und deine Motivation und deine treue Hörerschaft wäre diese elfjährige Reise für mich gar nicht möglich gewesen. Und ich schätze wie immer deine Unterstützung, dein Feedback unheimlich. Ich freue mich immer sehr über Hörermails, über Ideen, über Anregungen, über Inspirieren, die ich von meinen Hörern bekomme. Ich finde das wirklich immer geil. Und die, die mir schon geschrieben haben, die wissen, dass ich zu, sagen wir mal, 99,9 Prozent auch wirklich immer selber antworte. Außer wenn ich, keine Ahnung, gerade mal in irgendeinem Projekt richtig vergraben bin und selbst mein Team mich nicht sieht. Oder ich mal ein paar Tage Urlaub mache oder sowas. Dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich hoch, dass dann jemand vom Team kurz antwortet. Aber letztendlich heißt dann nur so viel wie, hey, Tom ist gerade busy, der meldet sich in einer Woche oder in zwei Wochen oder sowas. Und dann reagiere ich auch auf jede Hörermail. Also hier ist die besondere Einladung für dich. Wenn du schon immer mal Lust hattest, als Gast in unserem Podcast hier dabei zu sein, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit. Bewirb dich für unseren nächsten Produktionsblog und teile einfach deine Geschichte, dein Wissen und deine Leidenschaft mit unseren Hörern. Ich freue mich und unser ganzes Team freut sich auf jeden Fall auf deine Bewerbung und bin sehr gespannt, was wir dort an spannende Interviewgäste und an spannenden Themen wieder mit dazuholen. Also das war's für unsere Jubiläumsepisode. Nochmals vielen, vielen Dank, dass du ein Teil unserer Community bist. Wir sehen bzw. hören uns in der nächsten Episode. Mach's gut und bis bald. Dein Tom. Ach ja, und denk immer daran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen unserer Interviewpartner und noch vieles mehr. Hast du eine wichtige Botschaft und willst diese endlich mit der Welt teilen? Dann nutze die Macht deines eigenen Podcasts und reserviere deinen Platz in meinem nächsten kostenlosen Podcast-Workshop. Melde dich jetzt auf Podcast Meisterschule an und sichere deinen kostenlosen Platz. Podcast-Meisterschule.com Und zu guter Letzt, denk immer dran, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom. Und zu guter Letzt, denk immer dran, wer will, findet Wege.